Meine Damen und Herren, am 24. September haben Sie eine Wahl. Sie haben die Wahl zwischen einer Kanzlerin, die jede Debatte über die Zukunft verweigert, oder zwischen jemandem, der Ihnen sagt, was er will. Der 24. September ist eine Entscheidung darüber, ob jung und alt sicher sein können, noch in der Zukunft eine auskömmliche Rente zu haben. Eine Entscheidung darüber, ob Frauen endlich vollständig gleichberechtigt sind in unserer Gesellschaft. Das ist eine Entscheidung darüber, ob in diesem Lande alle die gleichen Bildungschancen bekommen. Eine Entscheidung darüber, dass Herkunft und Wohnort und auch der Familienname kein Schicksal sein dürfen. Es ist eine Entscheidung darüber, ob wir den Frieden sichern oder in Aufrüstung investieren. Eine Entscheidung darüber, wie es mit unserem Land weitergeht. Deshalb lohnt es sich zur Wahl zu gehen. Es lohnt sich zu diskutieren. Mein Appell an Sie alle, an Euch alle. Sprecht mit Euren Freunden. Redet mit den Nachbarn, Euren Kolleginnen und Kollegen. Erzählt, dass er hier war. Und nehmt sie mit, zum Wählen gehen. Und an die Jungen, vor allen Dingen an Euch und Eure Altersgenossinnen und Genossen. Sonntags sind die Wahl der Kalle bis 18 Uhr geöffnet. Also selbst wenn man bis 16 Uhr pennt, hast du immer noch zwei Stunden. Sagt das denen. Aber ich kann Ihnen sagen, was meine Partei und ich tun werden. Wir werden kämpfen bis zum 24. September um 18 Uhr. Aber wir kämpfen nicht aus Selbstzweck, meine Damen und Herren. Nicht für Zahlen. Wir kämpfen auch nicht für Meinungsforscher, sondern für unsere Überzeugungen, für unsere Prinzipien. Und wir kämpfen für Sie, die Menschen im Lande. Dass es gerechter in Deutschland zugibt. Dass es eine gute Zukunft für die nächste Generation gibt. Für ein starkes und solidarisches Europa. Dafür kämpfen wir. Dafür will ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Helft mit! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!